Boys and Girls, herzlich willkommen in der zweiten Folge von der Storyboard bei Ankel, wieder mit Mark. Servus. Und wir machen direkt weiter. Das letzte Mal sind wir an so einem schönen Lichterweg stehen geblieben. Ich kann ja auch nicht sprinten. Da ist jemand. Wer ist das? Du bist nicht von hier. Wow, du sahst einfach wie Fred, aber kleiner und weniger Haut auf deinem Gesicht. Sie wusste Fred. Ich sagte ihm, dass er mein uncle war und dass ich ihn schaue. Was ist ein uncle? Ich sagte, dass er, dass ich ihn all meine Leben habe. Ich konnte es nicht glauben. Ich werde ihn auch helfen. Ich bin Madeline. Ich bin Madeline. Ich bin Madeline. Ich bin Maddie. Ich bin Maddie. Ich weiß nicht warum, aber du kannst mich Maddie. Du hast noch nie gesehen, oder? Wir treffen uns da in der Stadt. Ich zeige dir. Ich hoffe, du kannst da schnell mit deinem Soothek. Ich bin da. Ich kann es nicht glauben. Ich sehe hier überhaupt. Eine Untergrund-Village. Inhabiert aus Fragsfragen. Oder eher wie Salamanderer. Irgendwie. Sieakukan wie Menschen. Siehört wie Menschen. Wie war das möglich? Das heißt, dass es ja auch andere Geschöpfe gibt. Jetzt wissen wir, dass es nicht die eile ist. recht erscheinlich Ich komme ja. Ich habe ihn nicht in ein paar Tage gesehen, aber ich habe ihn nicht gesehen. Vielleicht ist unser älder, Samuel, wo er ist. Er kennt viele Sachen. Es ist viel, wenn du mich gefragt hast, aber es ist wert. Bevor du ihn hast, sollte man die Stadt schauen. Es ist nicht so schlimm. Unless du musst du zu lange bleiben. Wenn du fertig bist, geh auf die Island mit dem Windmill, und du siehst Samuel's Cope von dort. Ich gehe weiter und sage ihm, dass du kommst. Er ist nicht viel für Sorgen. Bis zum nächsten Mal. Ich bedankte Madeline und habe sie später gegründet. Es war wunderschön. Wie konnte ich mit jemandem sprechen, der nicht sogar menschlich war, und ich fühle mich, dass es perfekt normal war? Okay, dann schauen wir uns ein bisschen um. Es ist ein relativ kleines Dorf irgendwie da. Oder ist es gerade nur so der Markt? Ich glaube, es ist nur der Markt. Schon, gell? Warte, aber auch hier diese Liste mit diesen Verkäufen. Ja, habe ich mir aber dann auch gedacht. Also hier ist das. Das ist doch nicht ein wenig als für sie zu tun. Nein! Das ist so. Das ist die Karte. Das ist die Windmühle, dann muss ich hin. Ich bin ein wenig als für sie zu gewinnen. Also hier kann man den Windmill. Die haben nur so ganz kleine Häuser, das ist ja übeln alles. Einfach nur so Einzimmerhäuser als Betten. In der Welt. Es war, nachher alles, ein Schraubungspad, das mich hier nahezu. LOL! Wir zeichnen hier alles auf. Richtige Anleitungen. Richtige Anleitungen. Ich finde es richtig neus. Das war kein richtiges Zeichen. Oh, äh. Das ist noch ein bisschen größer. Egal, weiter. Es gibt vermutlich auch so ne Hauptinsel. Check die gleich mal. Ich denke, das ist die Freizeit. Das habe ich mir gerade auch überlegt. Wir schauen uns, denke ich, erstmal alles an, oder? Mhm. Die chillen alle ihre Base. Alter, das ist einfach... Das ist einfach Carsten. Feuer. Feuer. Löschkasten. Feuerlöschkasten. Feuerlöschkasten. Mit herein? Ah! Feuerlöschkasten. Feuerlöschkasten. Oh, sweet home. Ich glaube, das ist das Haus von der Bunkel. So ein Zell. For how long had Fred been gone? I'm not sure. A couple of months, I think. Less than half a year, for sure. I remembered hiking with him the summer before. But when I counted the days in his journals, and from when I last saw him, it didn't make sense. Maddie said that she had known him all her life. Maybe she meant it figuratively. Like, she didn't really mean it. Like, when you say you'll die if you don't get a puppy for your birthday. That's true though. I'm sorry. Of course it is. She wrote a book, yes? Mm-hmm. A few plans. Yeah, you can press the button and press it through, if you want to know what you want to know. Good. Ist es ganz gelesen? Mhm. Ok. die leute haben echt überreißer welche gärten ja was denken wir wo ich hier Was hast du noch hart? Komisch Oh mein, ich hatte es zweimal drauf gedreht Huch Weiß ob ich jetzt nochmal hier anfangen muss Ok So Ok, und wo sind wir jetzt? Samu, bist du es? Ja, sag uns was du hier bringst du? Ich hab ihm gesagt, dass ich mich für mein Uncle Fred Wir sollten helfen Ich weiß nicht, wo er ist? Fred hat uns ohne eine Worte Wenn du ihn anspricht hast Wir können mit dir ein kristall Ein Power Core Fred benutzt ihr Kind für seine Hände Du kannst ihn Wenn du uns unsere Hände zurückkommst Die kristall? Sweet! Madeline Das war nicht verwendet Deine Hilfe wird nicht notwendig Die kristall ist nicht für dich zu haben Was? Ich möchte Hilfe finden Fred Warum nicht ich? Bitte, Madeline Das ist unmöglich Wir können uns nicht in den Kasteln Es ist zu gefährlich Was ist die Gefahr? Wenn Fred das tun kann, dann kann ich Ich sage das für deine eigene Schutz Madeline Du bist von in den Kasteln Nur weil du Angst hast, was außerhalb der Stadt Das bedeutet, dass ich bin Ich bin Ich bin nichts wie du Ich werde niemals sein Wir entschuldigen Es ist wahr, dass wir sie sicher Aber sie versteht nicht Behind uns ist die Power Core Take es Und in den Kasteln Find Fred Und wenn du siehst Madeline Take care of her Be safe Okay, Sau Was machen wir? Du musst nur noch diesen Power Core Oder so eine coole Hilfe Scheiße Warte Ich kann doch nicht schwimmen, hat er gesagt Kann er nicht schwimmen? Nein, das ist von mir Nein, das ist von mir Ich glaube das sind die Froschweges Er ist erst zu drei von diesen Teilen Ich bin die Fäulen Ich fühle mich ein bisschen Unartig In den Chasen Wenn es zu gefährlich ist für Maddie wäre es sicher genug für mich Woher will ich überhaupt hin? Ach so, habe ich hier Wo ist denn brennen? Ich kann auch noch Ich kann auch noch Nein Ich habe doch dazwischen höher schießen müssen Ja, aber das ist gar nicht so einfach Easy Aber oh, dieses Teil ist apart Nein Ich meine, genau da wo er es gemacht hat Easy Easy So 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 Da ist er Nee, die wollte mich pranken Das ist doch wirklich separat Aaaaah Du hast den gemeint Wir sehen uns Du hast den Me Latten Us spürst den Me Latten Woh? Woh... Woh... Dich Woh... Woh! Woh, woh... Woh... Ich höre dich. Ah ja. Ich glaube, du musst das auf das große... Ja, ich war mir sicher. Wo ist es? Scheiße. Ja, ich war mir sicher. Ich habe die glittenden Lichter in der Stadt hinter mir und mich umgekehrt für die ominösten Schäden des Chasms. Oh. Okay, aber boys and girls, an der Stelle haben wir auch auf. Falls es euch gefallen hat, schreibt es in die Kommentare natürlich. Äh, ja. Und wir sehen uns in der dritten Folge. Tschüss. 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 Tschüss.